Yo, was geht ab, Leute? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Unpacking-Video, FIFA Ultimate Team. Wie ihr seht, ich habe hier wunderschöne 4 gratis Packs, Gold Packs und ja, warte mal, dann mache ich mal schnell. Fluxi Dux, schaue ich doch mal, wer hier alles im Team der Woche ist. Und ja, Ribéry90, der würde mir gefallen, Alves würde mir auch gefallen, ja, eigentlich würde mir jeder gefallen. Hauptsache, ich habe irgendwann mal so einen scheiß guten Spieler, irgendwann mal im Pack und ja, ihr kennt meine anderen Videos, ich fange jetzt einfach mal mit dem ersten an, versuche mein Glück und habe natürlich wahrscheinlich wieder kein Glück, natürlich nicht. Z-Jet-Set ist übrigens die Trophäe, die man bekommt, nachdem man 100 Packs geöffnet hat. Und ich habe in 100 Packs keinen einzigen seltenen Spieler gehabt. Ja, es sind nicht nur Gold Packs gewesen, es waren auch viele Bronze Packs, wobei ich unter anderem auch aus dem Bronze Pack 100 Spieler gekriegt habe, der im Team der Woche drin war, dann aber leider nicht selten war. Das steht Tandard, was machen wir mit dem hier? Auf den Torstab, ja, die Preise muss ich später nachschauen. Ja, ich denke, die kann man auch nicht für allzu viel verkaufen. Der hat eine scheiß Aufstellung, der auch und der auch, ist grundsätzlich schon mal wieder scheiße. Der Speed von dem ist eigentlich recht nice, aber 80, naja, ich schaue, ich tue mal auf den Torstab, ich schaue mal, was der Typ so wert ist. Und ich denke, die anderen zwei, die kann ich dann ohne großes Trara einfach mal so verkaufen. Ja, schauen wir mal, was es noch so gibt. Nehmen wir mal KK. Ich sehe einen goldenen Spieler. Rikelme! Äh, ja, scheiß Aufstellung, aber ist egal, ich denke, den werde ich behalten. Er hier kommt, den werde ich auf jeden Fall behalten, der ist, naja, ich kommt in meine Korea-Republik-Mannschaft, in meine Sammlung. Ich habe jetzt, ähm, was weiß ich, wie viele, zeige ich euch nachher, ähm, wie viele Korea-Republikaner ich jetzt schon habe. Ähm, die sammle ich nämlich, das ist mein Hobby, ähm, dass es so viele, ähm, Koreaner gibt in diesem Spiel. Habe ich mir gedacht, sammle ich sie einfach mal, ähm, und Verkauf bringen sie eh nicht viel. Ja, hier linke Verteidigung, 4-2-2-2, ähm, 83 Speed, sieht eigentlich recht gut aus. Ähm, muss man schauen, Kopfball, ja, Rikelme, schauen wir mal. Also, ich denke, den, den kriege ich gut weg, oder den kriege ich vielleicht weg. Ähm, auf den Tauschstapel, ich habe ja genug auf dem Tauschstapel. Ja, und den Rest wird mal wieder verkauft. Ihr seht, ich habe einfach kein Glück, mal wieder, aber von den Packs kann man auch nicht so viel erwarten. Ich dachte, ja, natürlich, schaut es euch an, drei Duplikate. Drei lächerliche Duplikate. Wo kommen wir denn da hin, Freunde? Und so viele Karten habe ich jetzt auch nicht. Meine Fresse. Mann, 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 Mann. Naja. Ha, 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 ha. Der ist auch nicht viel wert, habe ich schon ausprobiert. Schauen wir mal. Das ist exactly der gleiche. Exactly der gleiche. Ah, ja. Torwart, Dallas. Ja, ist auch nicht wirklich was Super Tolles. Äh, tuta, 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 tuta. Ja. Ähm, tuta, 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 tuta. und das letzte Pack heute für Nolan wer zum Teufel ist Nolan? er hier Starke ja natürlich Duplikat Seeklaro Love to live das bringt mir eh nicht viel, das weiß ich jetzt schon, da hatte ich schon mal eins Schau mal, die gehen eigentlich recht gut für 300 weg und jo da ich eh viel zu viele Verträge hab weil ich mir viel zu viele verfickte Scheiß-Packs geholt hab Giovane Drapadoni ja ich glaub es ist jetzt nicht der Trainer von Irland kann das sein, ich weiß es nicht ja auf jeden Fall sind auch wieder 12, das hat mir recht ja du kannst 75er nicht verkaufen das geht nicht findest du jeder zweite ist da besser weißt du scheiße sowas ja das war's Freunde vielleicht noch eine kurze Tour durch meine Mannschaften bin grad dabei mir ein neues Team Bundesliga Team zu machen und zwar den Hertha BSC Berlin ähm aus zu anderem halte ich den ersten F.C. Kölle ähm natürlich kompletto vorausgesetzt der Podolsko ist nicht so verletzt inklusive Novakovic dann haben wir noch mein bestes Team das sind die hier ähm insgesamt eigentlich recht gut also schon äh Bewertung 85 ähm bin hier recht stolz drauf ja und ja was gibt's noch zu sagen ach genau warte 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 nicht abschalten nein wo sind wir Welt Sonata 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 haha 19 Bronze Spieler der hier ist übrigens warte der ist echt gut der kann ich euch nur empfehlen Quirinho ähm Bronze Team ist perfekt ähm gefällt mir wirklich sehr ähm ja zeige ich euch noch mein Bronze Team falls überhaupt noch jemand zuschaut ähm bbbbb ja das ist hier mein Bronze Team äh der hat zwar extrem gute Stats ist aber scheiße ja 70 Schuss für ein Bronze Spiel ist das extrem gut und ja ähm an dieser Stelle sage ich Tschüss und natürlich ohne einen guten Spieler ich verabschiede mich hiermit bis zum nächsten Video Tschüss